Hallo, willkommen zurück zu Teil 30. Ich habe jetzt nachgeschaut, aber ich habe mir gedacht, was ist das? Das ist irgendwie unlogisch. Wo kriegt man bitte eigentlich den Schlüssel her? Weil ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt im Internet nachgeschaut, weil das war mir jetzt aus der Questbeschreibung alles nicht offensichtlich. Jetzt wird es interessant. Man muss sich im Winterhold, also in der Winterfeste, bei der Akademie anmelden. Dann bekommt man irgendwann mal eine Quest, wo man dann den Schlüssel dafür kriegt. Toll, ja. Deswegen... Ja, leider haben sie den Witz total versaubert in der deutschen Übersetzung. Weil im Sweetroll also quasi so ein Stück runder Kuchen, wie Marmorkuchen ungefähr sieht das aus, mit oben der Weißglasur. Das ist eine Anspielung auf Fallout 3, da gibt es das nämlich. Ziemlich am Anfang das Spiel sogar. Ich muss aber, bevor ich das mache, werde ich noch etwas anderes tun, denn ich brauche ein Pferd. Ja, mein Pferd hat es zeitlich gesegnet und bis ich mir mal ein anderes zulege, ja... Ärger oder so, auch nur. Ich suche mal einfach mal den da. Jetzt haben wir wieder ein anderes Pferd. Ja, den, wo man ein Pferd kauft, hat es eine andere Fellfarbe. Für Leute, die das sowas interessiert. Außer natürlich das Schattenpferd, das hat ja... Es ist ja tiefschwarz, also... Ähm... Natürlich! Ja, man kommt nicht mit dem Pferd da hoch. Was ist das für ein Ort? Warum seid ihr hier draußen? Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Most who arrive here do so, because... Heard of the College beforehand. Welcome to the College of Winterhold. I am Feralda, one of the Senior Wizards here. I trust you found your journey to Winterhold not entirely unpleasant. Now, I must advise you that if your only purpose in being here is to complain, you would be far better off, speaking with the Jarl of Winterhold. If, however, you seek something more, I will be happy to assist you. So, nochmal. Was halb sollte ich mich über die, äh, Akademie beklagen? Hm. It is no great secret that we have been unjustly blamed for a great many things over the years. The good people of Skyrim on occasion would rather pass judgment than attempt to understand what we do here. Thus we must take certain precautions in order to secure our safety. Hm. Warum seid ihr draußen? I am here to assist those seeking the wisdom of the college. And if in the process my presence helps to deter those who might seek to do harm, so be it. The more important question is, why are you here? Hm. Kann ich der Akademie beitreten? Perhaps. But what is it you expect to find within? Ich möchte die Macht des Eises und des Feuers nutzen, um alle zu zerstören, die sich gegen mich stellen. Hey, das Spur ist gut, das sollte ich mir merken. Ich möchte den Willen der anderen um mich herum beugen. Ich möchte die Rätsel von Aetherius lösen. Ich möchte nur einmal hineinblicken. Ich nehme das Dritte, das hört sich am klügsten an. Wir beide wissen doch, dass ich hier erfolgreich war. Ich stelle mich eure Prüfung. Excellent. The Mage Light spell is useful to any Mage, not just those specializing in alteration. Can you cast one on the seal on the ground? Uh, ich muss grad sagen... No? Well, if you think you're capable of it, then I'd be happy to provide it to you for a mere 30 gold. Or you can try your luck with one of the court wizards around Skyrim. They also sell spells. Ich bin zu voll zum Laufen. Here you are. Now I'm anxious to see you cast it. Now I'm anxious to see you cast it. Now I'm anxious to see you cast it. I'm anxious to see you cast it. I'm anxious to see you cast it out. Oh, magierlicht. Er liegt... Ah, okay. Ja. Nee, mach das eigentlich nur wenigstens ein Quiz. Na komm. Ja, die Laufanimation bei der Steigung ist ein bisschen komisch. Und wenn man nicht aufpasst, passiert folgendes. Nein, schlecht jetzt. Ich werde sie nicht runterspringen. Aber man könnte sie runterschubsen. Schauen wir uns an. Na, geht das, geht das, geht das? Nein, geht nicht. Ups. Hm, blaues Feuer, was tut es, es leuchtet blau. Hm. Ich glaube, dass ich mich ziemlich klar habe. Ja, natürlich. Ich versuche einfach zu verstehen, die reasoningen hinter der Entscheidung. Du kannst du mit dem Empirien bowen zu deinem Gewinn, aber ich glaube, dass du hier die Thalmor nicht bekommen hast. Du bist ein Gast von der College, hier bei der Arschmage. Ich hoffe, dass du die Möglichkeit hast. Ja, natürlich. Die Arschmage hat meine Facts. Sehr gut. Dann sind wir hier fertig. Willkommen in der College. Willkommen in der College. Ein neues Studenten. Ich bin überraschend, wie viele von euch da sind. Well, first you'll need these. While you're not required to wear them, you may find them more to your liking than your current clothes. I'll give you a brief tour, and then we'll get you to your first class. Are you ready to begin? Toll. Man kann wählen zwischen Nein und Nein, weil ich würde mich gerne umsehen und entschuldigt, aber dazu bin ich noch nicht bereit. Ah so. Okay. 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 원이 ist ein bedrigtes Ziel der Magie. Unsere neue Mitglieder sind hier, in der Halle des Attainments. Ich will bitte, dass du dein Gehirn aufhörst, als andere arbeiten können, oder... ...delegate experimenten. Ich möchte, dass du dein Gehirn aufhörst. Ich möchte, dass du dein Gehirn aufhörst. Du wirst mit deinem Gehirn aufhörst, mit deinem Gehirn zu treffen. Das ist, wo du wirst. Diese Bede und die Bedeutung sind. Please, bitte, und be consideratet von anderen. Jetzt gehen wir nach der Halle des Elements, wo die meisten der Mitglieder gatheren für lectures und studieren. Ja, das ist das letzte Mal, wo ich da hin bin. Das war wegen einer Quest, wo ich überhaupt erstmal rein bin. Kann ja meines Wissens nach auf verschiedenen Gilden beitreten. Hoffe ich. Also normalerweise dürfte das gehen. Wenn nicht, bin ich zwar jetzt am Arsch rum. Ich schaff, wie es das ist. Wenn du dich, indem du dich, wenn du dich, bist. Wir waren gerade begint. Bitte, bleib und hörst. Also, wie ich sagte, die erste Sache, die sich zu verstehen ist, dass es magisch ist, von der Art der Schuhe, Natur volatile and dangerous unless you can control it it can and will destroy you sir I think we all understand that fairly well we wouldn't be here if we couldn't control magic of course my dear of course you all certainly possess some inherent natural ability that much is not being questioned what I'm talking about is true control mastery of magic it takes years if not decades of practice and study and what are we waiting for let's get started please please this is exactly what I'm talking about even us must be tempered with caution or else disaster is inevitable but we've only just arrived here you've no idea what any of us are capable of why not give us a chance to show you what we can do you've been quiet so far what do you think we should do I don't know what I should think but I think we should learn something practical I think we should learn something practical security is the most important thing I'll take it well your classmates seem to disagree with you don't listen to him we can do it just give us a chance all right let's settle down I suppose we can try something practical and continuing with our theme of safety we'll start with wards wards of protective spells that block magic I'll teach you all award and we'll see if you can successfully use it to block spells all right would you mind helping me with a demonstration are you at all familiar with what spells you can do kind of stuff what's what that's all right I can teach you a very basic word one that's enough for the purposes of this lesson now if you'll just stand right over there I'll cast a spell at you and you block it with the war here we go over there please just stop um sit me wouldn't want anyone else in the way okay lighten schutz da ist es also soll ich mich denn schnell Jetzt, schau mal den Wardspel und schau mal. Du musst dein Wardspel auf, oder sonst wird das nicht funktionieren. Ich will nicht dich verletzt. Over da, bitte. Just opposite mir. Ich würde niemanden mehr aufhören. Jetzt, schau mal den Wardspel und schau mal. Hold still. Schau mal. Ich denke, dass das ein guter Start ist. Ich würde gerne, dass ihr alle weiterhören mit Wardspel. Ich denke, dass wir vielleicht bereit sind, zu beginnen zu beschäftigen, die verschiedenen Ausgaben der Magie in der Vergangenheit. Der College hat eine faszinierende Excavation in den Ruinen von Sorthol, neben dem. Es ist eine sehr gute Ausgabe. Ich wünsche, dass wir dort in ein paar Stunden treffen, und sehen, was uns in der Mitte. Das ist alles für heute. Danke. Ich habe viele wichtige Dinge auf meinem Kopf. Deine Wardspel sind nicht. Ich dachte mir schon, kommt dort das ewig. Aber ich muss sagen, das ist etwas... ...un... ...das ist nicht wirklich ersichtlich, dass man da... ...das weiß ich... ...dann komme ich endlich mal etwas anders ran, und dann passt das. So, ich bin da... ...die Frage ist... Wo sind die anderen? Oh... Und da fliegt wieder einer. Wer hat noch nicht, wer will noch mal. Okay... Nicht hier runter. Wo geht der hin? Aber die gehen nach rechts weg. Und die gehen nach links weg. Und die gehen nach links weg. Ah, da sind sie. Okay. Ich habe schon gedacht, die hatten es nicht überlebt. Aber das macht ja nichts. Und hier sind wir alle. Gut zu sehen, Skyrim hat noch so gute Menschen. Du gibst einem alten Mann Hoffnung. Warum ist dieser Ort so wichtig? Warum ist dieser Ort so wichtig? Wir sind besonders interessiert... ...in der Prävalenz der magischen Seelen... ...die auf den Tomben hier gelegt. Es ist eher nicht wie alles, was wir haben. Woher nach suchen wir? Alles. 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 Das ist weshalb ich diese Ort so liebe. Wir haben keine Verständigung, was wir finden. Und wenn ich mit der Weg mit dem Handy vor die Gefahr der Magischen ... ... sollte ich einen paar Schüler fielen lassen können ... ... das wäre ein glücklicher Verständnis. Er kann unsere Veränderungsmagie trainieren. Ach, machen wir doch mal. Vielleicht kriege ich ja einen Levelaufstieg. Nice. Doch. Wie schön. Den setze ich auf Magie. Ich muss gerade mal gucken, was habe ich hier denn? Nur eine Tick zu werden, das ist gut. Also, ich müsste erst mal... Was habe ich hier denn als Schwerrüstung? Aber hier werde ich diesen Part beenden und gleich den nächsten Part aufnehmen und dann geht es rein in das Gewölbe. Ich sage Tschüss, bis gleich.